Hallo liebe Leute, es gibt eine neue Rezension und zwar zum zweiten Teil eines Mehrteilers von Christina Henry. Hier geht es um die Chroniken von Alice. Dieser zweite Teil heißt Die schwarze Königin und ist der Nachfolger, man glaubt es kaum, vom ersten Teil. Das Ganze ist eine Nacherzählung oder Neuinterpretierung. Ich habe schon in der Rezension zum ersten Teil gesagt, ich habe das Original von Lewis Carroll nicht gelesen, sondern diverse Verfilmungen gesehen. Ob das jetzt wirklich eine komplette Neuerzählung ist oder Neuinterpretierung, es ist auf jeden Fall sehr dunkel, sehr düster, teilweise blutig, sehr determiniert und ich glaube in wirklicher Kinderbuchmanier kommt das Buch nicht daher. Zum ersten Teil sage ich jetzt nicht mehr so viel. Ihr könnt euch gerne, wenn ihr es nicht gesehen habt, die Rezension zum ersten Teil anschauen. Der zweite Teil fängt ziemlich genau da an, wo der erste Teil aufgehört hat, nämlich Alice und Hedger, ihr Gefährte und Geliebter, haben jetzt diese eine Welt, die alte Stadt, hinter sich gelassen und treten ein in einen Wald. Das Ganze kommt wirklich wieder sehr märchenhaft daher. Dieser dunkle Wald spielt die größte Rolle und die in ihm lebenden Kreaturen, wie zum Beispiel Riesen, spielen die größte Rolle. Aber natürlich, da das Buch Die Schwarze Königin heißt, spielen auch zwei Königinnen eine Rolle. Alice verliert Hedger irgendwann in diesem Wald. Man merkt sehr schnell und Alice merkt auch sehr schnell, dass dieser Wald kein normaler Wald ist, sondern dass dort Zauberei herrscht. Wo sie herkommt, bleibt am Anfang, am sehr Anfang, relativ diffus, aber es wird auch relativ schnell klar, wo das Ganze herkommt. Inhaltlich kann ich jetzt schon wieder nicht mehr verraten, weil ich sonst zu viel über den Inhalt verraten würde. Wie schon der erste Teil ist das Ganze hier einfach sehr blutig. Es gibt kaum positive Figuren. Alice ist eine sehr zwiegespaltene Person, die mit sich ringt und mit ihrer Geschichte, mit ihrer Vergangenheit, mit der einstigen großen Familie, in der sie groß geworden ist und der Fall und das Eingesperrtsein im Irrenhaus. Alles das beschäftigt Alice und macht, wie im wirklichen Leben, aus diesem Menschen einen zwiegespaltenen, gebrochenen Menschen. Hedger ist schon im ersten Teil klar geworden, dass er eigentlich eine gefährliche Person ist. Also er ist immer getrieben, er ist ein Axtmörder und es scheint, dass nur Alice ihn unter Kontrolle halten kann und vor allen Dingen Hedgers Liebe zu Alice. Das Ganze wird jetzt hier nicht mehr ganz so breit getreten wie im ersten Teil, aber es wiederholt sich doch sehr, muss man sagen. Also diejenigen, die den ersten Teil gelesen haben, und das kann man nur empfehlen, wissen, um was es geht und das Ganze wird immer wieder wiedergekäut. Das ist so ein bisschen repetitiv, hätte ich nicht gebraucht, aber tatsächlich verlässt uns Hedger für eine gewisse Weile und das ist eigentlich mal ganz angenehm, weil der Charakter ist mir dann doch, naja, irgendwie, ich weiß nicht, ob er wirklich auserzählt ist, aber es kommt nicht mehr viel Neues dazu. Trotz alledem ist dieses Buch genauso wie das erste spannend und auf eine Art und Weise, jedenfalls nach meinem Empfinden, flüssig geschrieben, dass man einfach innerhalb wirklich weniger Tage durch diese 300 noch was Seiten, ich gucke nochmal nach, 320 noch was Seiten, wirklich schnell und flüssig und gut durchkommt. Also das hat Christina Henry absolut drauf, so einen flüssigen Erzählstil, ohne sich dabei aber irgendwie durchzuholpern, sondern man lässt sich schon Zeit und man erfährt schon viel über die Figuren. Das Ende kommt relativ abrupt, aber ich glaube, das ist bei mehr Teilern einfach so. Man braucht immer irgendein Highlight und irgendein vorläufiges Ende in diesen Romanen, um dann dieses Ende wiederum auf die nächsten Teile weiterzuleiten und so ist es hier auch. Das liegt in der Natur der Dinge. Ich fand es spannend und gruselig und manchmal auch etwas zu blutig. Vor allen Dingen fängt mich langsam an zu stören, dass es so viele negative Figuren gibt und so wenige positive. Ich hätte mir etwas mehr Silberstreif am Horizont gewünscht, aber das ist eine persönliche Einschätzung. Wie auch im ersten Teil ist das Männerbild von Christina Henry offenbar, zumindest in ihrer schriftstellerischen Art und Weise, negativ. Also die meisten Männer, bis auf wenige Ausnahmen, sind negative Charakter, negative Charaktere. Ich finde das jetzt, ja, ich finde das gehört auch mal dazu und ich finde, das ist auch ihr Recht, sich die künstlerische Freiheit zu nehmen. Ich habe mir tatsächlich bei der Lektüre des Buches immer wieder die Frage gestellt, hat die arme Frau Henry irgendwie besonders viele schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht? Das weiß ich nicht und im Prinzip geht es mich auch nichts an. Aber ja, es werden relativ wenige neue Figuren deutlich eingeführt. Es gibt immer mal wieder ein paar Randerscheinungen. Es gibt einen Riesen, der auch wirklich eine interessante Figur ist und eine schöne Figur und auch dessen Geschichte irgendwie wirklich ganz interessant und ideenreich ist. Ansonsten gibt es die Königinnen. Ich glaube, wer das Buch kennt, weiß ungefähr und auch wer die Filme kennt, weiß ungefähr, wie es mit diesen beiden schwarzen und weißen Königinnen aussieht. Aber Christina Henry hat ja auch nicht den Anspruch, eine komplett neue Geschichte zu erzählen. Sie interpretiert Alice eben neu. Und ich finde, auch im zweiten Teil ist ihr das gut gelungen, auch wenn ich den zweiten Teil längst nicht mehr so gut fand wie den ersten. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wie geht das mit den weiteren Teilen weiter? Fallen die immer weiter ab oder kommen da noch mal Highlights, kommen da noch mal Figuren? Tatsächlich ist es so, dass die meisten Figuren aus dem ersten Teil, wenn man von Alice und Hatcher mal absieht, nicht mehr vorkommen, außer so ein bisschen durch den Äther eine Figur. Ja, sehr schön kryptisch ausgedrückt. Das war die Chroniken von Alice, der zweite Teil, die Schwarze Königin. Auch hier ist es so gemacht, dass diese Tatzen hier auf dem Buchblock sind. Das war im ersten Band auch schon. Das finde ich schön gemacht. Ich finde ohnehin, dass es ein schön gemachtes Buch ist. Es gibt nicht viele Grafiken oder sowas, aber es ist ein schönes Buch. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.